163.000 Follower also wirklich eine absolute Größe. Ich kletter gern irgendwo hoch, ich stelle mich gern an Abgründe, ich schlafe gern im Auto. Das ist das, was mir Spaß macht. Was ist in meinem Leben schief gelaufen? Wo bin ich falsch abgebogen? Jetzt zum Beispiel, man kann es ja sagen, Porsche. Du hast für Porsche tatsächlich Sachen gemacht. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Fokus. Ich freue mich ganz besonders, dass wir mal wieder in Bayern sind. Das bedeutet weiter Fahrtweg für mich, aber es ist wunderschön hier. Du musst einfach umziehen, das ist der Punkt. Wahrscheinlich. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir zum ersten Mal überhaupt Manuela Palmberger vor die Kamera kriegen konnten. Das hat lange gebraucht, bis wir sie endlich dazu motivieren konnten. Ganz schön lange. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails wir geschrieben haben. Einer hat gereicht. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eine wahnsinnig tolle Folge mit Manuela und ich hoffe, ihr euch genauso. Das ist so. Das ist so. Dieser Podcast wird präsentiert von Foto Mundus, deinem Online-Foto-Fachgeschäft. Auf www.foto-mundus.de kannst du jetzt die Sony Alpha 1 vorbestellen und dein altes Equipment in Zahlung geben. Wir sitzen jetzt am Kochelsee, direkt am Ufer. Wunderschöne Location. Wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter, wobei wir waren gerade eben schon ein bisschen fotografieren und da hat man gar nicht so viel Licht dann bekommen. Aber das seht ihr später. Das blenden wir euch später nochmal ein bisschen genauer ein. Die Sonne geht jetzt gerade hinter den Bergen unter und es könnte eigentlich ein ganz guter Sonnenuntergang werden. So ein paar Quellwolken sind am Himmel. Gucken wir mal, vielleicht geht später noch was. Manu, wir sind sehr froh, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke, dass du sie angenommen hast. Wir sind ja auch froh. Es ist ja tatsächlich so, Fotografie ist irgendwie immer noch eine Männerdomäne. Ich weiß nicht warum, aber es gibt deutlich mehr Männer. Ich sehe das an meinem YouTube-Kanal, wenn ich dann die Statistiken gucke, 80% sind männliche Zuschauer. Aber ich glaube, es ist nur die Branche, diese Landschaftsbranche, wo mehr Männer sind. Ansonsten sind schon relativ viele Frauen. Ja, ich glaube, so im Portraitbereich und so weiter sind viele Frauen unterwegs. Oder Hochzeitsfotografie auch. Ja. Ja, aber es ist trotzdem schade irgendwie. Also man muss ein bisschen suchen und gucken, dass man eine Landschaftsfotografin auch mal findet. Und wir sind sehr froh, dass du heute hier bist. Nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern natürlich auch generell, weil wir deinen Bildstil sehr cool finden und sehr interessant finden. Weil du das gerade so schön eingeleitet hast, könnten wir gleich eine Zuschauerfrage mit reinnehmen. Und zwar war die Frage, warum du glaubst, dass es genau so ist, dass so wenig Frauen in der Landschaftsfotografie-Szene unterwegs sind. Oder generell, glaube ich, hat es sich sogar auf ganz Instagram bezogen. Wobei ich da nicht finde, dass tatsächlich da weniger Frauen sind. Nee, bei Instagram nicht, nee. Nee, bei Instagram sind sehr viele Frauen. In der Landschaftsszene, ich weiß nicht genau, warum es so ist. Ich glaube, vielleicht liegt es einfach an den Interessen. Ich kann jetzt nur von mir reden. Für mich ist es halt mega schön, die Landschaft. Aber ich komme auch aus der Natur. Ich bin hier aufgewachsen. Dafür ist für mich dieses typische Frauending mit Porträt und Hochzeit, das ist halt nicht meins. Okay. Dann dafür, ja. Hätte sein können, dass du ja vielleicht irgendwo gesagt hast, diese Punkte stören dich daran. Und du kannst vielleicht deswegen verstehen, dass bestimmte Frauen da halt keine Lust drauf haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass in der Landschaftsfotografie, du bist ja auch viel in den Bergen unterwegs, dass so diese Grenzgänger-Erfahrungen, die man ja da manchmal hat, die hat man ja nicht immer, dass die vielleicht eher was sind, was Männer irgendwie reizt, weil sie so sich als taffen, starken Mann darstellen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genau das wussten wir ja so stark. Okay. Ich kletter gerne irgendwo hoch. Ich stelle mich gerne an Abgründe. Ich schlafe gerne im Auto. Das ist das, was mir Spaß macht. Vielleicht ist das was, was viele Frauen nicht so mögen da dran, aber es ist halt meins. Cool. Okay, also du haben ja also auch keine Erklärung, warum das so sein könnte. Ja, wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft anders wird, dass auch wirklich mehr Frauen in der Landschaftsfotografie unterwegs sind. Weil wir haben ja auch mit Laura Oppelt schon mal darüber gesprochen. War ja die erste Frau in unserem Podcast. Da haben wir auch so ein bisschen über Bildstile gesprochen, ob das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Ob man da irgendwie erkennen kann, ob das eine Frau oder ein Mann fotografiert hat, war relativ spannend. Aber bei Laura zum Beispiel, fand ich, haben wir auch beide gesagt, fanden wir gar nicht, dass man sieht, dass es eine Frau war, die das fotografiert hat. Ich glaube, das sieht man auch nicht. Ja, ich habe da so eine hanebüchene Theorie damals aufgestellt, dass man das vielleicht schon sieht, weil Männer ein bisschen analytischer fotografieren. War damals so. Bildaufbau. Ja, genau. Also so ein bisschen verkünstelter, sage ich mal, nicht so spontan. Also wenn ich mir deine Bilder anschaue, du machst ja auch viel aus der Hand, hast du gesagt. Sehr viel, ja. Das heißt, da bist du ja schon von vornherein viel flexibler, was den Bildaufbau angeht, weil du einfach dich schnell bewegen kannst. Du kannst hier und da mal ausprobieren. Ich mache meistens zuerst das Bild, so wie ich es im Kopf hatte, als ich den Spot oder irgendeinen Spot rausgesucht habe. Und dann fange ich an zu variieren mit Perspektiven, mit verschiedenen Bildwinkeln. Ja, und da bin ich eben relativ frei, weil ich viel aus der Hand mache. Und das kannst du ja auch machen, weil du diesen ganzen Fokus-Stack-Gedöns nicht in deinen Bildern hast. Also du bist immer relativ offenblendig, glaube ich. Ja. Ja, genau. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, das ist ja jetzt schon sehr tief in der Materie, dann ich will erst mal, wir müssen ja erst mal das Ganze anfangen. Weil vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die dich noch gar nicht kennen. Also bei Instagram bist du sehr, sehr groß. Du hast wie viel? 160.000? 63.000. 163.000 Follower. Also wirklich eine absolute Größe. Wir beide können da nicht wirklich mitreden. Das ist traurig, aber wahr. Leute, hier sind alle Instagrams hier einmal eingeblendet. Ganz, ganz wichtig natürlich, Manu einmal liken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber wir beide brauchen es auch. Definitiv. Wollten wir beide machen. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir wollen das Ganze ja mal so ein bisschen anfangen. Und für die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Einmal so einen ganz kurzen biografischen Abriss deines bisherigen Lebens. Wo kommst du her? Was hast du bisher so gemacht? Und wie kamst du zur Fotografie? So die Standardfragen, die man vielleicht am Anfang eines Interviews mal stellt. Also ich wurde geboren in Garmisch-Partenkirchen. Das erklärt, glaube ich, auch schon sehr viel mit der Landschaftsfotografie, weil ich hier aufgewachsen bin. Meine Eltern waren beide immer viel in den Bergen unterwegs. Ich war immer mit dabei als Kind. Und irgendwann kam es dann so zur Fotografie. Am Anfang war es ein Hobby. Und irgendwann, ich habe es nicht gelernt. Ich habe Mediengestaltung gelernt eigentlich. Und irgendwann konnte ich aus meinem Hobby einfach meinen Beruf machen. Schön. Wann war das ungefähr? Mit wie vielen Jahren? Vor fünf Jahren war das. Vor fünf Jahren. Ja. Also du hast Medien... Ich habe Mediengestaltung gelernt, eine Ausbildung gemacht. Habe erst Fachabi gemacht, dann die Ausbildung und habe dann lange in dem Beruf gearbeitet. Aber es ging auch immer weiter. Es war erst die Gestaltung, dann war es speziell die Bildbearbeitung und dann kam die Fotografie. Und wie genau bist du zur Fotografie gekommen? Über die Bildbearbeitung, weil du gesagt hast, ich bearbeite gerne Sachen jetzt und ich hätte gerne eigenes Material? Ja, schon auch so ein bisschen. Ja, ich wollte dann die Bilder selber machen, die ich gesehen habe und die ich quasi bekommen habe, ja. Und wie ist es dann? Warst du dann sofort in dem Landschaftsfotografie-Thema drin oder war das erst noch irgendwas anderes? Ja. Also ganz, ganz wirklich die Anfänge. Da hatte ich mit zwölf, habe ich eine alte Cam von meiner Mom bekommen. Eine analoge Spiegelreflex mit manuellem Fokus. Und ich habe Blumen im Garten fotografiert, die alle unterfahren. Mein manueller Fokus. Ja. Das waren meine Anfänge in der Fotografie. Ja, ich denke mal, so fängt ja irgendwie jeder an. So fängt irgendwie jeder an. Einfach die Kamera erst mal kennenlernen und einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist auch das beste Mittel. Ich glaube, das ist auch wesentlich effektiver als Fotografie zu lernen, indem man jetzt eine Ausbildung oder vielleicht das Ganze auch studiert. Wobei dir wahrscheinlich dein Mediengestalter-Hintergrund so von wie baue ich was auf. Da habe ich die Bearbeitung halt gelernt. Da habe ich Photoshop richtig gelernt und wie man Bilder bearbeitet. Aber dadurch, dass du viel ja schon vorher mit dem Medium quasi durch diese Ausbildung zu kommen hattest, könnte ich mir vorstellen, dass du da schon so einen gewissen Blick hattest. Den Blick vielleicht. Wie funktioniert so ein Foto? Ja, doch, das schon. Cool. Aber da gab es überhaupt keinen Inhalt zum Thema Fotografie? Nein. Okay. Wie geht man dann da so ran? Also du hast ja wahrscheinlich mit dem Gedanken gespielt, ich will das auch mal beruflich machen? Nee, am Anfang überhaupt nicht. Okay, gar nicht. Nein, am Anfang war es echt nur ein Hobby. Und ich habe mir dann irgendwann mal eine erste Cam gekauft, eine Spiegelreflex. Ich glaube von Canon diese ganz günstigen für 300 Euro oder so. Und ich habe tatsächlich das Handbuch gelesen, weil ich wissen wollte. Wow. Du bist die Erste, die ich jemals sehr viel lesen oder so. Handbuch gelesen habe. Nee, weil ich wollte die richtig bedienen können. Das war mir echt ein Anliegen. Ich wollte nicht immer einen Programmautomodus fotografieren. Ich wollte wirklich wissen, wofür jeder Knopf da ist und was der macht und was ich damit erreichen kann. Da habe ich das Handbuch gelesen und habe das dann immer nach und nach ausprobiert. Cool. Und hast du dann auch dir irgendwelche Fotografen rausgesucht, die du vielleicht inspirierend fandest, wo du gesagt hast, der Bildstil gefällt mir und da könnte ich so eins von einem anderen vielleicht noch ein bisschen was zusammenmixen oder in die Richtung was ausprobieren? Oder wie bist du dann auf die ersten Ideen gekommen, was du fotografieren möchtest? Die ersten Ideen hatte ich eigentlich schon, wenn ich draußen unterwegs war, so beim Wandern, dass ich da gewisse Sachen besser festhalten wollte, als ich es damals konnte. Und willst du wissen, was die erste Person war, der ich auf Insta gefolgt bin? Chris Burkhardt. Ah, so. Ja. So sehr viel Inspiration. Ja. Der Urvater der Instagram-Accounts eigentlich. Ja, irgendwie schon. Cool. Ja, und du hast also quasi, hat Instagram dir auch so ein bisschen geholfen, Inspiration zu finden und Leute zu sehen und zu gucken. Das finde ich cool. Ja, das war wirklich eine große Inspiration. Man sieht Bilder, fragt sich, wo sind die gemacht worden, sieht, hey, das ist noch 100 Kilometer weit weg von dir. Du fährst da jetzt hin und schaust mal, ob du es auch hinbekommst. Cool. Ja. Und das ist erst fünf Jahre her. Jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, wenn es fünf Jahre her ist, dass die Manu angefangen hat zu fotografieren und in fünf Jahren es schafft, davon, also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, da kommen wir aber später nochmal zu, was ist nicht hauptberuflich, was ich auch schon extrem krass finde, es nicht hauptberuflich zu machen, dann aber auch so eine Community zu haben, so eine Jobs zu bekommen, wie du sie bekommst. Wie gesagt, wir sprechen darüber gleich. Also das ist mega interessant. Aber wie schafft man es in fünf Jahren, sich so erfolgreich so zu positionieren, so aufzubauen, wie du es jetzt geschafft hast? Das ist ja unfassbar. Also das war tatsächlich, als ich mit Instagram angefangen habe, gar nicht meine Intentionen so groß zu werden und so krasse Aufträge zu bekommen. Ich wollte einfach nur nicht, dass die Bilder, die ich gemacht habe, zu Hause auf der Festplatte versauern. Und dadurch habe ich angefangen hochzuladen und irgendwie kam eins zum anderen. Und dann, ja, je mehr Erfolg man da ein bisschen hatte, desto mehr Ehrgeiz kam, desto besser will man werden. war dein Instagram-Account schon da, bevor du quasi, also du machst, wir können es jetzt jetzt verraten, du machst es ja jetzt quasi Instagram, diese ganze Schiene, was du da fährst, nebenberuflich, aber du bist ja hauptberuflich auch Fotografin. Gab es den Instagram-Account zuerst? Oder, also ich frage mich immer, wie kommt man dann quasi von einem... Ich glaube, das war relativ zeitgleich. Ah, okay. Ich habe den Job, in dem ich jetzt arbeite, darf ich verraten, was es ist? Na klar, klar. Also ich bin Produktfotografin für einen Online-Shop. Also ich mache Fotos von Klamotten, Accessoires, Schuhen, Schmuck, allem Möglichen. Und ich habe die Stellenausschreibung damals gesehen, habe schon hobbymäßig so ein bisschen fotografiert, konnte mit den Kameras umgehen und dachte mir, jetzt bewirbst du dich da einfach drauf. Hat geklappt. Ist doch cool. Wahnsinn. Und ich glaube, der Account kam so relativ zeitgleich. Ich glaube, der war ein bisschen früher da. Okay. Ist es dann für dich auch... Also ich stelle mir, ich habe Produktfotografie mal ganz leicht angerissen. Habe ich mal früher... Ich bin irgendwie mal durch alle Sparten mal durch. Aber ich glaube ja, Produktfotografie, das ist jetzt meine Meinung erstmal, du kannst mich gerne verbessern, aber Produktfotografie ist ja eher sehr technisch versiert und Landschaftsfotografie ist ja mehr kreativ. Kreativ und spontan. Spontan, genau. Ist das für dich dann so eine Art Ausgleich, die du dir selber schaffst, um beides so ein bisschen zu haben? Also ich fand es cool, den Job bekommen zu haben, weil ich da echt noch sehr viel lernen konnte, gerade auf der technischen Seite, auch mit Studiotechnik, da kannte ich mich vorher nicht so gut aus mit. Und ja, es ist dann auch gleich, es ist auch so eine Routine, diese Landschaftsfotografie ist halt viel Reisen, immer unterwegs, jeden Tag irgendwo anders. Und wenn ich dann zurückkomme in meinen Job, ist es einfach eine Routine. Ich weiß, wann ich anfange zu arbeiten, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wann ich wieder gehen kann. Es ist einfach so entspannt. Und du hast auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Ja, natürlich. Wo ja viele auch sagen, ja, sie würden gerne selbstständig arbeiten, aber irgendwie so eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Geld einfach sicher auf dem Konto jeden Monat zu haben, ist auch nicht schlecht, ne? Gerade zu Corona-Zeiten. Und der Job macht mir Spaß, das ist immer noch. Also ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit und das macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Das muss ich auch sagen, ist für mich auch das Wichtigste, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Es gibt so viele Leute, die ungerne zur Arbeit gehen, die immer wieder sagen, oh, ich muss morgen wieder arbeiten, ungünstig. Also ich kann auch für mich sprechen. Ja, natürlich, man verbringt so viel Zeit damit. Es ist doch das Schönste, einfach morgens aufzustehen und zu sagen, ich stehe jetzt gerne auf, ich habe Bock wieder zu fotografieren. Ja, heute mache ich Bettwäsche den ganzen Tag. Super schön. Aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich eine Stylistin und ein Team. Nee, meistens bin ich alleine. Wow! Das heißt, du machst diese ganze Legeware, diese ganzen Steckarbeiten machst auch du? Ja, so aufwendig ist es nicht, dass es wirklich gesteckt wird. Das ist eher für Katalogproduktion oder für Sachen, die länger online bleiben. Die reine Produktfotografie, was ich mache, das ist ein Artikel, der geht online, dann ist er in 24 Stunden ausverkauft und dann ist das Bild wieder weg. Okay. Krass. Nee, es soll schon alles immer schön und ordentlich sein, aber so ein Riesenaufwand wird da jetzt auch nicht betrieben. Alles klar. Und zur Not Retusche wahrscheinlich dann? Ja, genau. Machst dann auch du das oder geht es zu einem Bildbearbeiter? Zum Teil mache ich so die Basics, beziehungsweise alles, was schnell geht, mache ich und der Rest wird dann ausgelagert. Okay. Alles klar. Ja. Wie viel Zeit hast du denn neben deinem Vollzeitjob dann noch Landschaften zu fotografieren? Die Wochenenden und den Urlaub. Ist das dann jedes Wochenende bist du unterwegs? Nein, nicht jedes schon. Also ich fahre halt am Wochenende gerne aus München raus, zurück nach Garmisch und da kann man ja schon wirklich viel machen. Und ansonsten fahre ich auch gerne mal ein bisschen weiter weg und das mache ich dann ja echt nur die Wochenenden. Weiter weg heißt, was ist so dein Gebiet, was du hauptsächlich fotografierst? Weltweit. Also ich fahre auch an einem Wochenende mal 1000 Kilometer, wenn ich Bock drauf habe. Stark. Also so Dolomiten, Italien, Österreich. Ist es im Schweiz, Dolomiten, ja. Dann fahre ich Freitag, sobald ich raus kann, los, schlafe schon irgendwo vor Ort, meistens im Auto dann. Am Samstag früh ist man direkt an der Location. Bist du jemand, der sich immer gerne wieder neue Locations raussucht oder gehst du auch gerne zu Locations nochmal zurück und sagst, das Bild, was ich damals gemacht habe, ist so semi, vielleicht probiere ich es nochmal besser oder in anderen Bedingungen nochmal zu fotografieren? Beides. Ich suche mir gerade letztes Jahr, habe ich mir sehr viele neue Locations rausgesucht, weil ich da Lust drauf hatte, Orte zu zeigen, die noch nie jemand so gezeigt hat vielleicht oder zumindest, dass ich es nicht gesehen habe. Aber es gibt so viele Orte, die wunderschön sind, wo ich auch immer wieder hinfahre. Hast du dann so eine, also ich zum Beispiel arbeite da mit Google Maps, dass ich mir da so eine Karte erstelle mit den ganzen Spots. Ja. Und wie viele hast du da ungefähr drin? War witzig, weil in der letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gesehen habt mit Bastian Werner, der hat erzählt, der hat 1500 Spots nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Ich kann dir die Karte danach mal zeigen. Ja, gerne. Also die ist übersät mit Punkten. Ja, aber weißt du so ungefähr, wie viele Spots das sind? Na, 1000 kommt schon gut hin. Wow. In Deutschland. In Deutschland, ja. Weltweit dann vielleicht nochmal 1000. Und aber wahrscheinlich sind, ich würde mal jetzt schätzen, 600 bis 650 Spots sind davon in der südlichen Region von Deutschland. Ja. Also ich glaube, 1000 sind es gut in den Alpen allein. Wahnsinn, krass. Aber wenn du da 1000 Spots hast, jetzt mal ein ganz schlechtes Beispiel, aber nehmen wir mal, keine Ahnung, den Schrecksee zum Beispiel. Mhm. Im Allgäu. So. Ist das dann für dich ein Spot oder hast du um den Schrecksee dann 5, 6 Fotospots? Nee, das ist ein Spot. Das ist ein Spot. Das ist ein Spot. Krass. Nicht schlecht. Respekt, Respekt. Und dann 1000 Spots zu haben, alter Schwede. Abgefahren. Aber die hast du noch nicht alle abgearbeitet. Nein, nein, nein. Aber das sind nicht immer so super spektakuläre Sachen wie der Schrecksee. Das ist auch mal nur eine Kapelle im Wald. Also, ja. So generell deine Motivfindung, woran machst du fest, was dir gefällt? Also wenn man so durch dein Portfolio klickt, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, sieht man ja schon viele dieser Innenspots, würde ich mal sagen. Das heißt, siehst du die dann und denkst dir, boah, da will ich auch mal hinfahren? Wenn ich da noch nie war, dann ja. Aber dann schaue ich auch echt gerne immer, dass ich die Spots in einem anderen Licht zeige oder eine andere Perspektive oder ein anderer. Einfach nur mal um die Ecke gehen und gucken, wie es da aussieht an einem See. Das ist dann immer so ein bisschen der Reis. Also nicht dieses übliche Instagram-Game. Ich mache genau das gleiche Foto. Findet man bei mir auch immer weiter nach unten scrollt, gar kein Thema. Okay. Ja, ja. Nee, inzwischen will ich dann ein bisschen neue Sachen eigentlich zeigen. Oder alte Spots im neuen Licht. Aber es ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum du vermutlich überhaupt zu groß geworden bist, weil du so ein bisschen auf dieser Welle mitgesurft bist. Kann das sein? Ja, das kann schon gut sein. Weil es ist ja tatsächlich so dieser Bildstil, nachdem sich so, ich würde mal sagen, Agenturen und so die Finger lecken, weil es halt so total am Zahn der Zeit ist irgendwie. Und es gibt tatsächlich viele Kunden, die dann auf mich zukommen und sagen, hey, sie hätten ihre Produkte genau so genau da fotografiert. Okay. Die sehen halt in deinem Portfolio, dass du da bist, dass du da warst, dass du das kannst und kommen dann eben da deshalb auch auf dich zu. Also ist es wahrscheinlich eine Mischung aus, also wenn jetzt zum Beispiel, man kann es ja sagen, Porsche, du hast für Porsche tatsächlich Sachen gemacht, da bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich das auf deiner Website gesehen habe. Ich auch, als die mich angefragt haben, es läuft so, wie mir die Kinnlade runtergefallen wäre. Ja. Das heißt, die fragen dich wahrscheinlich an, also zum einen Teil, weil du diesen Bildstil hast, der sehr nahbar, finde ich, ist, aber gleichzeitig auch sehr cineastisch, würde ich es beschreiben. Also es ist so, was ganz Moody-mäßiges, es ist immer sehr atmosphärisch. Moody Blue. Genau, okay. Aber guckst du, weil du ja diesen Bildstil hast, guckst du dann auch sehr viel aufs Wetter und bist dann gerade auch unterwegs, wenn es halt nicht so schön ist? Dann bin ich sehr gerne unterwegs, wenn es nicht so schön ist. Aber wenn die Sonne scheint, dann nutze ich halt so einen Auf- und Untergang. Also man muss aus allem das Beste machen. Ja. Weil zum Beispiel gerade bei Porsche, ich hatte halt das Auto für vier Tage und die waren festgelegt, da kann ich mir das Wetter ja nicht aussuchen. Ja. Und wenn es da jetzt Sonne gewesen wäre, hätte ich halt eher auf so einen Untergang gearbeitet. Lass uns doch mal in diesem Porsche-Thema kurz drinbleiben. Nicht interessiert, wahnsinnig, wie so ein Auftrag abläuft. Also wir haben jetzt schon gehört, du wurdest nicht direkt von Porsche, sondern von der Agentur, die für Porsche arbeitet, angeschrieben, wurdest gefragt, kannst du das machen? So, jetzt wurde dir vorgegeben, du hast vier Tage Zeit dafür, hast ein Auto dafür gestellt bekommen quasi, logischerweise, was du fotografieren sollst. Bist du dann kreativ frei oder kriegst du da Vorgaben? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt beides. Da hatte ich jetzt gewisse Vorgaben, was ich vor allem machen sollte, wie viele Bilder, wie viele Videos, wie lange das Video und so weiter. Aber in der Umsetzung bin ich relativ frei. Also manche Firmen wollen auch ein Moodboard vorher haben, die wollen ein komplettes kreatives Konzept vorher haben. Aber wie man es dann wirklich umsetzt, das sieht man ja auch erst vor Ort. Und da ist man dann schon noch ein bisschen frei, also man ist da nicht in Ketten gelegt oder sowas. Ja, aber die werden wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, wir brauchen ein paar Detailshots, wir brauchen ein bisschen was in der Umgebung, wo das Auto dann irgendwie steht, was im Fahren. Ja. Also so eine Vorgaben bekommt man wahrscheinlich und der Rest ist dann. Ja. Es ist schon mal passiert, dass du so einen Auftrag hattest. Du bist nach den vier Tagen zurückgekommen und dann haben die gesagt, ja, das eine oder andere hätten wir gerne nochmal anders und dann bist du nochmal losgefahren oder wie läuft das oder sagen die dann einfach, ey, das ist so dein Stil und das akzeptieren wir. Also dass ich nochmal los musste, hatte ich eigentlich noch nicht, ne. Oder schickst du dann zwischendurch auch mal ein Bild dahin und sagst, gefällt euch das? Machst du da so eine Zwischenkontrolle? Das mache ich gar nicht, weil dann reden zu viele Leute wieder mit bei sowas. Das ist gut, ja. Ja. Ne. Darf ich da nochmal einhaken? Und du musst nicht darauf antworten, wenn es dir zu blöd ist, aber mich würde interessieren, also erstens mal, wie berechnet man so einen Auftrag? Ja. Du musst keine konkreten Zahlen oder sowas nennen, aber mich würde einfach als jemand, der aus der klassischen Werbefotografie kommt quasi, wo du einen Auftrag kriegst, dann musst du ein Angebot schreiben, dann gibt es vielleicht noch ein Konzept, dann wird nochmal nachkorrigiert und so. Läuft das da auch so ab? Oder kommen die Agenturen und sagen, ja, wir haben hier Budget, was weiß ich, 3.000. Machst du dafür oder machst du nicht? Ja, das kommt auch vor. Aber eigentlich werde ich immer angefragt. Die sagen mir, was sie gerne hätten. Also sie hätten gerne fünf hochauflösende Bilder, ein Video, 15 Sekunden, pipapo. Und dann schreibe ich ein Angebot und dann wird es entweder abgesegnet oder das heißt dann, ja, wir haben leider nur so und so ein Budget, wird das auch gehen. Okay. Also kalkulierst du am Anfang mit einem Tagessatz oder gehst du wirklich immer schon am Anfang ganz speziell, okay, die brauchen jetzt fünf Bilder und ein Video, das könnte in der und der Zeit hinhauen und dann noch Fahrtkosten und so weiter. Ja, also Tagessätze habe ich noch nie gestellt. Okay. Das heißt, du machst dann nach Arbeitsstunden? Ja. Okay. Ja. Alles klar. Aber das kann man ja vorher gar nicht so genau sagen. Du kannst ja, also klar, du hast einen Zeitraum von vier Tagen, aber du wirst ja da nicht sagen, 96 Stunden. Nee, es ist wirklich eher, ich berechne das, was sie im Endeffekt, was rauskommt dabei, was sie haben wollen. Also die Bilder, die ich verkaufe. Ja, viele bezahlen mich ja auch dafür, dass ich veröffentliche in deren Namen, dass ich gewisse Werbung für die mache. Das berechne ich natürlich. Das hat einen gewissen Grundsatz. Okay. Wahnsinn. Aber es ist sehr interessant, da mal so eine Geschichte reinzuhören. Ja, also ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ich finde das ja echt immer wahnsinnig faszinierend. Man hört es immer so, ja, da gibt es so Influencer und die werden so von Firmen beauftragen. Da würde mich noch was weiteres interessieren. Und zwar, wie werden solche Aufnahmen dann erstellt? Das kann ja nicht eine Person alleine machen. Also wenn ich ein Auto fotografiere, gerade im Fahren, dann müssen da ja logischerweise mehrere Personen überhaupt erst mal mitmachen. Ja, klar. Aber da berechne ich dann auch eine Assistenz. Also gerade bei den Outdoor-Aufträgen habe ich zwei gute Freunde, die mir helfen. Und die kriegen dann natürlich auch was dafür, dass sie mir helfen. Das berechne ich aber immer im Angebot schon mit. Also das zeigt der Kunde im Endeffekt dann schon. Ja. Aber sind das dann auch fotoversierte Leute? Okay. Ja. Die dann einfach mitarbeiten. Und hast du dann auch schon mal von anderen Fotokollegen quasi ein Angebot bekommen? Hier, kannst du bei mir assistieren? Ja. Oder gerade, wenn es mal so etwas ist wie kleine Produkte irgendwie mal, wenn man eh unterwegs ist und mitfotografieren, dann habe ich einen kleinen Auftrag, der mit dem ich unterwegs bin, hat auch so einen Auftrag. Da macht man gegenseitig Bilder von sich. Cool. Okay. Das heißt also, du bist auch in einer gewissen Community, in einer gewissen Gruppe drin von Leuten, die viel auf Instagram unterwegs sind. Und da habt ihr wahrscheinlich auch viel Kontakt und schreibt untereinander viel auch, was Aufträge angeht. Ja. Oder man schreibt mal kurz, hey, ich habe einen Auftrag, dann könnte ich an dem und dem Wochenende was machen. Hast du kurz Zeit, da mitzukommen? Und dann im Idealfall sagt der, ja, ich habe auch einen Auftrag, muss auch Bilder machen. Dann macht man gegenseitig schnell Bilder von sich. Und dann sagt man auch so, hey, das rechnet sich gegenseitig auf. Ja. Cool. Bist du da schon mal gerade in deiner Anfangszeit vielleicht mal auf die Schnauze gefallen damit? Also, dass du irgendwie ein Angebot geschrieben hast und hinterher gemerkt hast, oh nein, das haut hinten und vorne nicht hin? Zum Glück nicht, weil diese großen Aufträge erst relativ spät, jetzt kamen letztes Jahr zum Beispiel oder so. Und nee, ich bin eigentlich nie auf die Nase gefallen. Okay, super. Ja. Und jetzt bist du ja wahrscheinlich schon so routiniert, dass es halt schon immer irgendwie läuft. Ja. Aber du hast gesagt, du bist trotzdem aufgeregt vor solchen Passagentests. Ach irre. Ach Gott, irre. Weil das ist ja dann komplett alles meine Verantwortung, dass das auch bei rauskommt, was ich denen versprochen habe. Und wenn das nicht der Fall ist, oh Gott, da bin ich da voll und echt immer so schlafe ich nicht gut die Nacht. Oh je, okay. Also es ist schon auch ein enormer Druck, ne? Also es klingt immer so leicht, so, ja, da macht man ein bisschen Bilder für Instagram. Ja, aber man hat ja auch Bock drauf. Also man freut sich ja auch voll. Klar. Ich finde aber auch, dass dieser Druck so ein bisschen dazugehört, dass man Bock drauf hat, oder? Klar, logisch. Also es ist natürlich, auf der einen Seite ist es ein, ja, Druck ist immer irgendwie, man verbindet es immer mit einem negativen Gefühl irgendwie, aber eigentlich ist es ja auch was, gerade dann, wenn man dann drin ist und so merkt. Ja, es pusht sich ja. Genau. Und wenn du, du hast vorher diesen Druck, man macht sich vorher so einen Kopf, funktioniert das alles. Und wenn man dann aber drin ist und merkt, es ist wie bei so einem Fußballspiel oder so. Da bist du vorher auch aufgeregt, anstoßt, zack, die Aufregung ist weg und dann hast du einfach nur noch Bock drauf. Dann willst du einfach nur noch spielen. Und so ist es ja auch bei so einem Auftrag. Im Endeffekt weißt du ja, was du tust. Ja. Und das, ja, es macht auch einfach Spaß. Man freut sich irre auf so einen Auftrag. Klar ist dann immer so, oh Gott, ob ich das auch wirklich kann, ob das Wetter passt, ob alles hinhaut. Aber im Endeffekt läuft es schon. Aber was passiert denn zum Beispiel, wenn du jetzt vier Tage unterwegs bist und das Wetter haut einfach überhaupt nicht hin? Jetzt zum Beispiel bei Porsche, das waren ja auch eher so Moody-Bilder, ne? Also da hat man auch gesehen, da waren auch Regentropfen auf den Scheiben noch und so. Ja, oh, das liebe ich ja. Ja, sieht total geil aus. Aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn du jetzt vier Tage so ein Wetter gehabt hättest wie jetzt gerade? Sonnen auf den Untergang. Dann muss man sich halt wirklich konzentrieren auf die Tageszeiten, beziehungsweise ich glaube, Porsche hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn da mal die Sonne scheint. Ja gut, aber okay, ich gehe noch ein Stück weiter. Wolkenlos. Wolkenlos einfach nur Sonne. Knallige Sonne. Ja. Eine Stunde vor Sonnenuntergang, goldene Stunde, denn man sucht sich auch mal irgendein Tal, wo die Berge ein bisschen näher sind, wo die Sonne ein bisschen früher weggeht und macht da was, also man findet Alternativen. Man muss halt das Beste immer daraus machen. Das ist haltlich sehr begrenzt dann auch wieder, ne? Also ich meine, goldene Stunde. Ja, aber das geht schon, das geht schon. Profis schaffen das. Ja, tut mir leid, ich gehe gleich. Ich mache mir dann noch immer so einen Extratag, so einen Reservetag hinten dran, falls irgendwas nachgedreht werden muss oder so. Und wo, also bleiben wir noch mal ganz kurz bei Porsche, wo habt ihr das fotografiert? Das war hier ums Eck. Also hier ist ja Kochelsee, Walchensee hatten wir einen Teil, Jachenau, vorderes, hinteres, Silvensteinsee, das ist ja alles hier ums Eck. Ja, also muss man nicht mal weit fahren, würde ich sagen. Ja, die Bilder blenden wir auf jeden Fall ein, ja. Aber ist ja umso besser, gleich um die Ecke muss man ja nicht mal weit fahren. Also ich habe ja das Problem, ich müsste für so einen Auftrag sehr weit fahren. Du musst halt im Sumpf bei UnBerlin irgendwas fahren. Ja, genau. Ich fotografiere dann am Wannsee. Geil. Okay, wir haben jetzt lang über Porsche geredet, aber es gibt ja noch viel mehr interessante Kunden auf deiner Website, wenn man da so ein bisschen durchklickt, ne? Ja, da war zum Beispiel Polestar auch noch, auch ein großer Autohersteller. Mein erster Auto, Autokooperation war super. Und Huawei war mit dabei, American Express war mit dabei, viele Tourismusverbände, zum Beispiel Peru. La Réunion war mit dabei, Faroe war mit dabei. Das ist so geil. Ich höre das total, ich höre da total gerne zu und dann habe ich immer nur wieder so im Hinterkopf, sie fotografiert seit fünf Jahren. Wie lange fotografierst du jetzt? Warum hast du nicht so eine Aufträge? Was ist in meinem Leben schief gelaufen? Was habe ich, wo bin ich falsch abgebogen? Wo war der Moment, wo ich es nicht gepackt habe? Also es ist total, es ist wahnsinnig beeindruckend, wirklich. Und da muss ich gleich wieder, gehen wir gleich in den nächsten Auftrag rein. Nein, aber nur ganz kurz. Gerade so eine Tourismusverbände, die auch mit so Reisen verbunden sind. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Auftrag, wo ich nach Kasachstan eingeladen wurde, um da die Stadt Astana zu fotografieren. War auch ein sehr cooler Job. Das ist natürlich cool, du kriegst alles bezahlt. Du kriegst den Flug bezahlt, du kannst da halt zum Beispiel jetzt eine Woche sein, kannst da fotografieren, kannst dich kreativ ausleben und wirst dann on top auch noch dafür bezahlt. Und das ist halt schon, das sind eigentlich die geilsten Aufträge überhaupt, oder? Ja, schon. Das ist schon richtig cool. Die sind auch alle auf dich zugekommen? Ja. Also die Tourismusverbände haben auch alle dich angeschrieben und haben gesagt, wir wollen, dass du jetzt hier Fotos machst, die wir auf unserer Webseite dann verwenden können? Ja. Wofür sind die Fotos dann gedacht? Also Peru wurde ich hier angeschrieben. Das war für die Reise, für die Gegend, in der ich war, wollten sie halt Bildmaterial haben. Und das war eine komplett durchorganisierte Tour mit Trekking, auch mit Mehrtagestrekking. Und das wollten sie einfach dokumentiert haben und ein bisschen beworben haben, sagen wir so. Jetzt muss ich mal eine provokante Frage stellen. Oh. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht selber denen auch gestellt hast, aber keine Ahnung. Warum sucht sich Peru eine deutsche Fotografin aus, um das zu machen? Haben die keine eigenen Fotografen? Um es auch zu vermarkten in Deutschland, weil die wissen ja, dass ich die Bilder veröffentliche. Ja, okay. Allein deshalb, um ein deutsches Publikum anzusprechen. Ja. Das ist der einfache Grund. Macht vollkommen Sinn. Das macht Sinn, ja. Absolut. Gab es dann da, also weißt du von mehreren Fotografen aus verschiedenen Ländern, die dann quasi auch dahin gereist sind? Ja, also die Tour, in der ich war, das waren die Deutsch-Schweizer-Tour. Also da waren auch zwei Schweizer Fotografen, zwei Deutsche und das war halt einfach, um diese Gruppen anzusprechen. Okay. Ja, klar. Und ich weiß auch, dass es von anderen Ländern dann noch andere Gruppen gab. Machst du irgendwas, um dich zu vermarkten? Dass du denen halt in den Sinn kommst überhaupt? Ich meine, man muss ja, es gibt ja unglaublich viele Leute, die Instagram auch sehr erfolgreich betreiben. Wie kommen die dann genau auf dich? Ist das Zufall? Oder machst du auch aktiv was dafür, dass du bei denen im Kopf bist, dass du bei denen irgendwie im Gespräch bist? Nee, ich mache ehrlich gesagt überhaupt nichts. Alles, was ich auf Instagram mache, ist einmal am Tag ein Bild posten. Halt, Story ist ein bisschen klar, aber ich habe nicht die Zeit, um aktiv auf Leute zuzugehen, auf Kunden zuzugehen. Dafür fehlt mir mit dem Vollzeitjob einfach echt die Zeit. Ja Leute, ihr wisst jetzt, wie es geht. Läuft bei Manuela. Ja, es ist tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also, das würde mich mal interessieren, wie unwirklich ist das? Also, wann kam dein allererster Job, der in einer gewissen Größe war, wo du, also da muss man doch ausflippen, oder? Das war irre und das wollte ich auch echt noch erzählen, weil das war komplett irre. Da hatte ich, glaube ich, gerade so 12.000 Abonnenten und dann kam eine brasilianische Rucksackfirma, ein kleines Familienunternehmen, das so Leder-Rucksäcke herstellt, Fotorucksäcke auch, und die waren total begeistert von den Bildern und haben mir erst einen Rucksack geschickt, dass ich hier ein bisschen Bilder mache von denen, weil übrigens hier oben direkt auf dem Berg habe ich Bilder für die gemacht und das hat ihnen gefallen und zwei Monate später kam, ja, kannst du zu uns kommen? Nicht nur sowas. Wie bitte? Ja, wir wollen hier eine Tour mit dir machen, so 10 Tage durch Brasilien, dass wir auch hier, weil wir sind ja ein brasilianisches Unternehmen, dass wir die Landschaft hier bei uns zeigen und du machst Fotos. Und ich so, ich meinte, das ist jetzt ernst. Ja, ja, du kommst zu uns. Ja, aber der Flug ist teuer. Ja, wir zahlen das schon. Ich so, wirklich jetzt? Also, das konnte ich nicht glauben. Ich glaube es, ja. Und das war irre. Und dann habe ich halt auch ganz viel erst mal mit denen geskypt, weil, komm, da kommen zwei brasilianische Typen an und sag, ja, komm zu uns und mach Fotos. Ich so, ja. Klingt erst mal komisch, ne? Ja, nee, aber war mega. Die Tour, das war irre. Das war die erste große Reise, die ich gemacht habe, so quasi für Instagram. Sau stark. Wann war das ungefähr? Kannst du das noch zeitig? 2017. Das heißt, nachdem du zwei Jahre fotografiert hast, ungefähr. Ja. Und letztes, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr 2019 sind die für drei Wochen hierher gekommen und wir haben so eine Tour gemacht durch Österreich, Schweiz, Südtirol. Schön. Also quasi Langzeitkunde. Ja. Ist ja auch schön. Hast du viele Kunden, die öfter dann zu dir kommen und sagen, sie brauchen mal wieder was Neues? Ja, inzwischen ja. Nicht viele, aber ja. Schön. Könntest du dir auf Basis dessen, was du dir da jetzt quasi schon erarbeitet hast, auch vorstellen, irgendwann mal komplett in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, wobei es mir persönlich fast ein bisschen zu unsicher wäre. Also ich bin schon froh, dass ich den Job habe, den ich habe und weil er mir auch Spaß macht und er zahlt alle meine Rechnungen. Da muss ich mir keine Sorgen machen, aber es wäre schön, das mal ein bisschen zu reduzieren und mehr Zeit für meine Aufträge halt zu haben. Ja, für die richtige Wohnung. Für die kreative. Ja, okay. Eißig. Ja. Aber ist das auch ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass man vielleicht weiß, so Instagram wird nicht ewig? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich weit dann auch in die Zukunft gedacht. So Familienplanung vielleicht auch mal irgendwann in die Richtung oder sowas. Ja, und man wird nicht jünger und keine Ahnung, wie lange kann man das machen, dass man ständig um die Welt tingelt und überall hinrennt auf Berge und so weiter. Wie lange kann man das machen? Klar. Ja. Aber man kann schon sagen, du lebst deinen Traummoment, oder? Ja, voll. Das hört man noch gerne. Das Schönste, was man hören kann eigentlich. Dass es halt genau so ist, wie man es möchte. Ja, das stimmt. Es muss kein bisschen anders sein. Nee. Also wenn ich das so höre mit den ganzen Jobs, dann kann ich das voll nachvollziehen. Ich weiß es auch einfach zu schätzen, dass es wie so ein Geschenk ist einfach, dass man das machen kann, wirklich. Das ist super cool. Vor allem, ich finde das auch echt wichtig, dass man sich das bewahrt und nicht irgendwie denkt, oh, jetzt bin ich der Allergrößte und ihr könnt mich mal alle malen. Und wie, jetzt halt jetzt mein Hotel nicht. Ja, genau. Also dass man trotzdem irgendwie, und das bist du ja total beunständig trotzdem. Ja, ja. Ja, echt cool. Also wir können ja als nächstes mal wirklich so ein bisschen auf das Fotografiethema eingehen, denn ich glaube, es interessiert natürlich auch sehr viele, wie du wirklich fotografierst. Man sieht auf Instagram die Ergebnisse. Aber ich glaube, viele Leute sind wirklich gespannt darauf, die auch mal so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Und wir waren ja vorhin fotografieren. Wir sind zu einem Wasserfall gewandert und ich würde sagen, das blenden wir euch jetzt mal ein bisschen ein. Ich habe es einmal gesehen, weil ich glaube, aber ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja cool, jetzt sind wir hier. Jetzt würde mich eben so interessieren, ich habe immer so meine Standardfrage. Felix, du kennst es ja schon. Wie gehst du vor, wenn du zu einer Location kommst, die du noch nicht kennst? Na der Klassiker ist eigentlich immer erstmal in Ruhe sich alles anschauen. Erstmal gucken, wie es ist, wo man den Vordergrund findet, wie man sein Bild aufbauen möchte. Ich mache auch gerne mit dem Handy erstmal ein paar Testbilder und gucke, ob es da auf dem Bildschirm gut aussieht. Und dann hole ich die Kamera raus. Okay. Wir haben ja gerade eben schon beim Laufen ein bisschen gequatscht. Was für ein Objektiv hast du jetzt drauf? Ein 24-70mm 2.8 von Sony. Und das ist auch deine weiteste Brennweite, ne? Ja, das ist meine weiteste Brennweite. Oh, abgefahren. Ich hatte einen Weitwinkel, aber ich habe es letztens sogar erst verkauft, weil ich es nicht mehr genutzt habe, weil es mir zu weit war. Es waren 14mm und es war mir einfach zu extrem. Weil es dir zu verzerrt war oder weil mir die Bildkomposition an sich mit so einem Weitwinkel nicht gefallen hat? Beides. Einerseits zu verzerrt, andererseits die Dinge, die ich gerne im Fokus haben würde, sind mir zu klein bei diesem Weitwinkel. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ich überlege mir wieder einen 16-35 zu holen, aber aktuell bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem, was ich hatte. Und hier den Wasserfall kriegt man mit 24mm auch gut drauf. Den kriegt man drauf. Kriegt man schon hin. Aber du hast ja eigentlich so vom Bildstil bist du so komplett anders als die, die wir so bisher in unserem Podcast hatten. Deswegen ist es ja auch so interessant. Genau, deswegen wollte ich drauf raus. Du machst ja auch tatsächlich viel Selbstporträts, nenne ich es jetzt mal, wo du quasi irgendwo in der Natur bist. Ja, wenn ich einen Scale irgendwo brauche, wenn ich irgendwo gerne einen kleinen Menschen platzieren würde, bin ich das meistens selber, ja. Wäre das jetzt hier für dich eine Option? Nicht so, wie ich jetzt angezogen bin, nein. Achso, okay. Man würde mich nicht sehen. Okay. Das heißt, du planst schon auch vor, vernünftige Klamotten dann mitnehmen. Ist es eigentlich dieses typische Instagram, dass man eine gelbe oder eine rote Jacke anzieht, um gut aus der Natur herauszustechen? Früher, ja. Inzwischen arbeitet man mit Silhouetten. Jetzt bin ich schwarz angezogen. Also ich würde mich vor irgendwas Weißes stellen. Ich würde mir hier irgendeinen Schneefelsen raussuchen und mich vor den stellen. Ich plane inzwischen nicht mehr meine Klamotten, wenn ich rausgehe. Das meine ich nicht mehr. Okay. Aber du hast es mal gemacht? Ja. Okay. Ja. Okay. Ich hatte auch eine gelbe Jacke. Aber war das für dich tatsächlich nur der Hintergrund, ich mache das, damit man mich besser sieht? Oder war es schon so, ich möchte ein bisschen mit auf diesen Bildlook aufspringen? Deshalb ist die gelbe Jacke entstanden, wegen der Sichtbarkeit, glaube ich. Du siehst einfach, egal was für ein Setting du hast, du siehst sofort, okay, da steht jemand. Weil es so raussticht. Ich glaube, das ist der Grund, warum es überhaupt entstanden ist. Und geht ja auch mit diesem bläulichen Look total gut einher. Das ist ein Komplementärkontrast. Ja. Cool, okay. Und es sind auch immer noch coole Bilder, aber meins ist es halt einfach nicht mehr. Und wenn du jetzt so, also mal angenommen, du würdest dich jetzt hier irgendwo reinstellen. Ja. Würdest du dann quasi zuerst überlegen, wo stelle ich mich hin? Oder machst du eine Komposition und überlegst dann, da passe ich jetzt noch gut rein? Ich würde erst mal überlegen, wo ich mich hinstelle. Dann mache ich ein Bild und gucke, ob es auch auf ein Bild passen würde, ob es von der Größe her passen würde. Und dann mache ich den kompletten Aufbau mit Stativ, Selbstauslöser und so weiter und renne ins Bild. Also du hast einen Funkauslöser dann? Nee, ich habe Intervallshooting. Sony hat Intervallshooting. Ah, okay. Und ich kann dir dann sagen, du fängst in einer Minute an Fotos zu machen, du machst 20 Fotos im Abstand von zwei Sekunden und so funktioniert es. Okay, schlau. Jetzt weiß man auch endlich mal, wie das funktioniert, dass Fotografen die Kamera 300 Meter weit weg stellen, mit einem Supertele fotografieren und die dann irgendwo da vorne stehen und die Arme hochreißen. Ich habe mich immer gefragt, welcher Funkauslöser so weit reicht. Und wie Max Rife das zum Beispiel auch macht. Ja, genau. Nee, ich habe tatsächlich, du kannst bei Sony die Kamera fernstellen über das Handy, aber das geht nur bis ungefähr fünf Meter. Okay. Ja. Geht bei Canon tatsächlich auch, aber ich nutze es halt fast nie. Ja. Cool. Ja. Okay. Das heißt, du würdest jetzt hier den Klassiker von oben machen? Ja. Ja. Eben eine Weitmängelfrage. Genau. Ja. Von unten ist es schwierig. Ja gut, aber ich habe gerade ausprobiert, selbst unten könntest du mit 24 Millimeter fotografieren. Echt? Mit 24 sogar? Ja. Ich rutsche gerade weg. Na dann gucken wir doch auf jeden Fall mal an. Also es ist halt, klar, es ist halt an den Rändern jetzt nicht gar nicht mehr so viel Platz, aber es würde theoretisch funktionieren. Ja. Mein Gott. Hier passiert er jetzt. Ich fand es sogar mit 24 Millimetern da unten besser, weil ansonsten die beiden Steine, die wir da im Vordergrund haben, viel zu groß waren im Vergleich zum Rest. Also die waren, das war eine sehr aufgeblasen Sache. Okay. Ja, schön. Das heißt, wir machen jetzt erstmal von hier oben ein Foto. Ja. Den klassischen Shot, dass man quasi eine Sicherheit hat und dann fängst du an zu experimentieren. Ist es jetzt eigentlich auch so, weil wir haben ja gerade eben auch schon darüber gesprochen, jetzt, wir sind in der Schneelandschaft. Da ist es natürlich so, wenn man einmal durch den Schnee gelaufen ist, ist es halt für uns, ne? Ja. Das heißt, man muss jetzt gerade in so einer Situation sowieso so arbeiten, dass man Schritt für Schritt sich nach vorne tastet, damit das Bild nicht zerstört wird. Na gut. Dann würde ich sagen, fotografieren wir mal. Und auf jeden Fall später noch runter ins Flussbett, würde ich sagen. Ja. Fotografierst du viel aus der Hand oder mehr mit dem Stativ? Viel aus der Hand. Mit dem Stativ eigentlich eher nur, wenn ich selber im Bild bin. Okay. Ja. Aber würdest du jetzt bei sowas zum Beispiel auch mal mit einer Langzeitbelichtung arbeiten? Ja. Im Winter, gerade gerne im Winterwändern. Passt gut zu dem Eis, ne? Es passt gut zum Eis und es bringt doch mal, gerade dadurch, dass wir jetzt kein Licht hier drin, dann bringt es nochmal ein bisschen was Specialiges einfach ins Bild, einen Hingucker. Und wahrscheinlich am Ende, der Bildstil, wir kennen ihn ja schon so ein bisschen, ihr kennt ihn noch nicht, wir zeigen aber natürlich Bilder von Manu. Du hast ja immer so einen schönen Blaustich, es ist alles ein bisschen kühler. Ja. Und gerade in so einer Situation, in so einem Setting, kann ich mir das jetzt schon vorstellen, bis es am Ende aussieht. Fotografierst du dann gleich schon mit dem Weißabgleich ein bisschen blauer? Ja. Ja. Okay. Das schon, den stelle ich immer ein. Alles klar. Ja. Wir machen übrigens, falls ihr euch fragt, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen über den Bearbeitungsziel gesprochen haben, die Manu wird für die Leute, die im Patreon-Mitglieder sind, auch noch ein kleines Bearbeitungs-Routory am Ende aufnehmen. Das können dann alle sich die anschauen, die uns ein kleines bisschen supporten. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, falls ihr schon Mitglied seid oder falls ihr es werden wollt. Wunderbar. Wunderbar. Dann los geht's. An die Arbeit. Boah. Hoorant. Tja. Tja. Pja. Tja. 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 Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ja, da sind wir wieder, zurück aus dem Schneeparadies, zurück an den See und wir haben jetzt gerade gesehen, wie du so on location ein bisschen arbeitest, du hast ein bisschen erklärt, wie du vorgehst, dass du viel ohne Stativ arbeitest, dass du öfter mal selber auch im Bild zu sehen bist. Was mich interessieren würde ist, gerade wenn man so dein Instagram-Profil mal bis ganz nach unten zeigt, da sieht man ja so Aufnahmen von 2014, wo du auf Island warst, die sind noch vom Style komplett anders. Komplett anders. Ist das so ein Prozess, der so schleichend ging? Hast du dich an irgendwas orientiert? Wie bist du zu diesem sehr cineastischen Stil gekommen, den du jetzt hast? Ja, das hat halt wirklich fünf Jahre gedauert, das so ein bisschen, seinen eigenen Stil zu finden. Weil am Anfang, ich glaube, war ich so ein bisschen inspiriert von den ganzen Bildern, die man so in Bildbänden sieht. Die sind ja sehr farbenfroh, sehr gesättigt. Und da habe ich das so ein bisschen gemacht und irgendwann hat sie es halt abgewandelt, dass es so ein bisschen cineastischer geworden ist. Das war einfach nur das Finden vom eigenen Stil, was einem gefällt. Okay. Und da hast du dich natürlich auch an Vorbildern wahrscheinlich orientiert, oder? Oder ist es so, dass du irgendwann mal... Ja, dieser ganze Moody-Look mit diesem cineastischen Look, das kommt schon auch von Instagram. Und ich glaube, ja, je mehr man da sieht und ein bisschen beeinflusst wird, dann nimmt man das auch ein bisschen an, ja. Okay. Und denkst du, dass du irgendwann vielleicht da mal wieder eine Stil-Wandlung vollziehst, dass du sagst, ach, eigentlich gefällt mir die gesättigten Farben und ein bisschen anders gefällt mir auch gut, oder? Oh, das kann ich gar nicht voraussagen. Okay. Das kann ich gar nicht voraussagen. Momentan, ich gucke immer so ein bisschen, jetzt mache ich wieder ein bisschen mehr Winter-Look in die Bilder rein. Mal gucken, wie das dann ist zum Bearbeiten, ob ich da was Neues mache im Vergleich zu den letzten Winter-Bildern. Das mache ich immer recht spontan. Okay. Ja. Wie lange sitzt du ungefähr in der Bildbearbeitung an einem Bild? Ich habe mir ja so eigene Presets gebaut, die ich für mich halt benutze. Und wenn da eins gut passt, dann mache ich nur noch so ein bisschen was. Vielleicht auch ein bisschen was retuschieren, wenn. Aber wenn ich was komplett Neues mache, dann vielleicht so eine halbe Stunde für ein Bild. Bist du dann nur in Lightroom unterwegs oder auch bei Photoshop? Ja, hauptsächlich Lightroom, Photoshop echt, wenn ich mal nur irgendwas rausretuschieren will oder so. Personen, die vielleicht noch da waren oder, ja. Aber grundsätzlich bist du jetzt keine, die die Landschaft irgendwie noch durch viel Retusche schöner macht. Nee, nee. Das habe ich am Anfang auch mal versucht, aber ich finde, das steht den Bildern nicht. Also ich sage jetzt mal so als Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein blöder Zaun zum Beispiel irgendwo noch im Hintergrund im Weg ist oder so. Machst du sowas raus oder sagst du dann, naja, das ist halt die Landschaft so, wie sie da war? Manchmal stört es mich, dann mache ich es raus. Manchmal lasse ich es aber auch drin. Oder fotografierst du es vielleicht auch gar nicht erst, oder? Ja, aber ich war im Sommer mal in einem Skigebiet und du hast halt diese ganzen Lifte gesehen. Und ich meine, hätte die rausmachen können und ich habe sie dringelassen, weil es irgendwie aber auch gepasst hat einfach. Okay. Ja, sowas zum Beispiel. Wir haben ja für alle Leute, die bei Patreon mit dabei sind und uns unterstützen, auch noch immer das Angebot, dass es pro Folge, pro Podcast-Folge immer noch ein bisschen Zusatzmaterial gibt. Und die Leute, die sich jetzt tatsächlich für die Bildbearbeitung von der Manu interessieren, die können gleich, nachdem ihr den Podcast zu Ende geguckt habt, auf der Patreon-Seite mal vorbeischauen. Denn da ist das Video-Tutorial dazu dann auch entsprechend online gegangen. Manu wird also anhand eines Bildes gleich mal zeigen, wie sie das Ganze bearbeitet. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Falls ihr noch keine Patreon-Mitglieder seid, aber jetzt sagt, okay, ihr wollt vielleicht den Podcast ein bisschen unterstützen und ihr wollt auch so ein Zusatz-Content noch sehen, dann ist jetzt die Zeit dafür. Link ist irgendwo unten in der Videobeschreibung. Und für unsere Gold-Patreons gibt es ja noch was. Nämlich. Haha. Moment, ich muss da rein. Kannst du sehen? Ja, du hast ja ein Buch veröffentlicht, zusammen mit ganz vielen anderen Fotografen. Wer war da alles so mit dabei? Das heißt, Outside Project. Wer war da alles so mit dabei? Marcel Siebert ist noch mit drin, das ist auch das Cover von ihm. Auf dem Bild zu sehen, Daniel Weisenhorn. Zwei gute Freunde von mir. Und ich glaube, wir sind zu acht insgesamt. Acht Fotografen, ja. Sehr cool. Und das ist so ein bisschen, willst du mal kurz beschreiben, was in dem Buch hier so alles... Es geht um die Landschaften in Deutschland hauptsächlich. Und um die verschiedenen Jahreszeiten. Um Wälder, um Winter, um von Menschen gebaute Sachen, beeinflusste Sachen. Es ist recht abwechslungsreich und zeigt eigentlich... Es ist schon sehr im Instagram-Stil, aber das ist ja das Schöne auch da dran. Es fasst quasi Instagram, die deutschen Instagram-Landschaftsfotografen so ein bisschen zusammen. Okay, alles klar. Sehr spannend. Sehr schön. Sehr spannend. Das könnt ihr als Gold-Patreons auf jeden Fall bei uns gewinnen. Manu wird auch noch ein kleines Autogramm für euch da reinschreiben. Wie ihr wollt. Die Gold-Patreons sind... Vielleicht ein bisschen mehr lassen wir. Natürlich wollen wir. Aber alle, die Gold-Mitglieder sind, sind automatisch in der Verlosung mit dabei. Das heißt, ihr müsst da nichts weiter tun. Wenn ihr das noch nicht seid, aber an der Verlustung teilnehmen wollt, wie gesagt, müsst ihr euch einmal bei Patreon registrieren. Und das war es dann auch schon. Also sehr, sehr cool. Auch schon ein Buch veröffentlicht. Säuft bei dir. Jetzt mal die Frage. Was hast du eigentlich noch nicht gemacht? Was möchtest du gerne noch machen? Was hat man für Ziele, wenn man schon alles erreicht hat? Man hat überhaupt nicht alles erreicht. Wo ich so wirklich angefangen habe mit Fotografie, war ein Ziel immer auf das Cover von der National Geografie. Oh, das ist schon ein sehr cooles Ziel. Mal schauen, ob es klappt. Okay. Mal schauen, ob es klappt. Ja, das war damals so ein Ziel. Aber es wäre schon cool, wenn es klappt. Auf jeden Fall. Das ist so das einzige Ziel, oder gibt es noch weitere? Man merkt, du hast schon doch viel... Ich hatte nicht ganz Unrecht gerade. Wenn das jetzt das einzige Ziel noch ist, hast du schon sehr viel erreicht. Nee, ich habe nicht so wirklich Ziele. Ich lasse das einfach voll gerne noch auf mich zukommen, weil ich ja nicht darauf angewiesen bin, wie gesagt. Weil du den Druck nicht hast. Weil ich den Druck nicht habe. Und ich mag das auch, auch mal Sachen so, Aufträge vorgeschlagen zu bekommen, die eigentlich nicht so in meine Sparte passen. Aber das dann trotzdem für mich umzusetzen, das macht auch richtig Spaß. Und solche Projekte hätte ich gerne noch ein bisschen in Zukunft. Ja, cool. Ja. Darf ich noch mal kurz auf deinen Bildstil zurückzukommen? Aber selbstverständlich. Wir beide sind ja eher so die klassischen Landschaftsfotografen ohne irgendwie menschliche Zivilisation. Ich versuche immer menschliche Einflüsse in so Bildern zu vermeiden. Du machst ja wirklich gezielt so, dass man dich oder eine Person auch mal im Bild zieht. Mich würde interessieren, was bezweckst du damit? Oder was ist, was? Das habe ich festgestellt bei mir, als ich solche Bilder gesehen habe. Das weckt eine Sehnsucht. Du willst die Person in dem Bild sein. Du siehst diese atemberaubende Landschaft. Und dann steht da eine kleine Person und du denkst dir nur so, fuck, genau da will ich auch stehen. Genau da will ich auch sein. Das ist zwar jetzt nicht dein Foto, das ist von Marcel, aber ich kann hundertprozentig fühlen, was sie gerade sagt. Ja. Es erweckt dieses, da möchte man hin. Das ist diese ganz typischen Fotos, die halt so Reiseagenturen und so weiter brauchen, Tourismusverwende brauchen. Weil das nämlich genau diese Emotionen, das Bild an sich ohne Person wäre auch super schön, aber es weckt, also mit der Person weckt es halt nochmal eine ganz andere Emotion. Weil du so eine Identifikationsfigur hast. Es weckt die Emotionen und es gibt der Natur so einen Maßstab. Du siehst, wie diese riesengroße Landschaft da drin ist und so ein klitzekleiner Mensch. Es gibt einfach so ein bisschen Maßstab auch noch. Und da geht es auch nicht darum, dass die Leute mich auf den Fotos erkennen. Es geht nur darum, dass es dann eine Person ist. Also es hat jetzt nichts mit Selbstinszenierung. Nein. Naja, ich meine, es gibt ja durchaus Leute auf Instagram, die halt genau auf sowas abzielen. Ja, klar. Aber bei dir ist es einfach ein künstlerisches, stilistisches Element, was da mit einfließt. Genau. Mit dem du halt Größenverhältnisse schaffst. Genau. Okay. Wunderbar. Cool. Mega spannend. Wir haben ja noch einen kleinen Community-Part. Zu dem können wir jetzt mal überschwenken. Ich habe eine Zuschauerfrage noch bekommen, die ich dir gerne stellen möchte. Ich habe ein paar mehr, ja. Zuschauerfrage oder eigene? Nee, Zuschauerfrage. Zuschauerfrage. Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen und zwar, es ist ja gerade ganz viel Thema in der Bildbearbeitung, künstliche Intelligenz, AI. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, dass das die Fotografie kaputt macht oder eher nicht? Oder nutzt du das auch selber? Was ist da deine Meinung? Ich selber habe es noch nie benutzt. Ich wusste auch noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht so lange, dass es es überhaupt gibt. Ich glaube, es ist ein nettes Tool, ein nettes Gimmick, aber groß beeinflussen wird es die Landschaftsfotografie, glaube ich nicht. Weil die Leute, die Fotografen schon noch den Ehrgeiz haben, die Bilder einfach so selber zu machen. Ja. Cool. Ja, ich finde auch immer, dass gerade jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, wird ja da auch nicht mehr glaubhaft dadurch. Das stimmt. Also. Ich glaube, das ist halt nett, wenn man mal seine Urlaubsfotos ein bisschen pimpen kann oder sowas damit. Aber ich glaube, ja, es ist halt nett. Genau, ja. Aber mehr halt auch nicht so. Ja, genau. Es spricht halt, glaube ich, auch so eine ganz andere. Klientier an. Ja, ein ganz anderes Klientier an, genau. Ja, ja. Okay. Jetzt hätte ich hier eine Frage. Kann man deine Bilder irgendwo kaufen? Ah, großes Thema. Ja, ich will einen Printshop machen, weil ich momentan richtig viele Anfragen deswegen bekomme, aber ich muss es noch umsetzen. Okay. Ja. Ja. Also ein Projekt für deinen Webdesigner quasi. Oder machst du das selber? Das mache ich selber. Ah ja, klar, du bist ja, hast es ja gelernt, ne? Ne, nicht Webdesign, ne? So Mediengestaltung, Print. Und wie hieß das? Digital und Print? Ja. Okay. Ja. Gut. Die fiese Frage, lassen wir raus, hat man gesagt. Was ist denn die fiese Frage? Das wird jetzt so privat. Mach mal kurz die Kamera raus. Dann hätten wir noch die Frage, wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir aus? Aber gut, das hast du eigentlich... Unter der Woche oder am Wochenende? Ja, das ist die gute Frage. Ich würde sagen, am Wochenende. Ich glaube, es zieht schon darauf ab, das, was man halt bei Instagram sieht. Ja, okay, ich suche mir raus. Also erst mal gucke ich, wo am Wochenende, wie das Wetter wird. Und da, wo es mir gefällt, fahre ich dann hin, gucke, was ich machen kann. So einen groben Plan. Mich entscheidet dann aber auch viel vor Ort. Ich suche mir halt nur den ersten Spot für Samstag früh dann schon raus, fahre dann Freitagabend dahin, penne dann meistens da irgendwo, mache dann da den Sonnenaufgang, wo ich vorhatte und bin dann relativ spontan, auch wetterabhängig zu entscheiden, was ich an dem Tag mache, wo ich dann zum Sonnenuntergang hingehe, ob ich tagsüber fotografieren kann. Ja. Also so entspannt und frei wie möglich. Ja, und wenn es zum Beispiel sonnig ist, wenn ich tagsüber dann nicht fotografiere, gehe ich schon mal irgendwo hin und bearbeite Bilder von Sonnenaufgang zum Beispiel. Und ja, also ich mache mir da jetzt auch nicht so einen Riesenstress, dass ich irgendwie den ganzen Tag durchschuten muss oder so. Also ganz entspannt. Gehst du, da würde mich jetzt tatsächlich noch eine Frage von mir interessieren. Hast du, oder machst du dir selber Druck, dass es was werden muss? Nein. Nee, okay. Alles klar. Nee, nee, das bringt ja auch nichts. Weil es sind so viele Faktoren, die du selber nicht beeinflussen kannst. Und da bringt es nichts, sich so groß Druck zu machen. Stimmt. Aber man schafft es ja trotzdem manchmal nicht, das abzuschalten. Ja. Also weil du so eine Erwartung an irgendwas hast. Ja. Und dann ist es so, na. Ja. Ja, okay. Bist du jemand, wenn du zu einer Location fährst, kommst du, also jetzt zwei Extrembeispiele, kommst du mit 30 Bildern nach Hause von einer Location, unterschiedliche Fotos oder bist du jemand, der mit einem guten Foto nach Hause geht? Früher war es so, dass ich versucht habe, so viele Bilder wie möglich rauszuholen aus einer Location. Heute ist es eher ein bisschen andersrum. Heute sind es vielleicht zwei bis drei. Ja. Das heißt aber, wenn du dir auch selber die Aufgabe stellst, jeden Tag bei Instagram ein Bild zu posten und du nur am Wochenende unterwegs bist, jetzt, wie viele Locations machst du am Wochenende? Man hat Samstag früh, Samstagabend, Sonntag früh. Also eigentlich Minimum drei. Drei. Ja. So. Wenn du jetzt, wenn man, okay, kann man sich ja jetzt ausrechnen, wenn du zwei Bilder machst, könnte es gerade so reichen, wenn du drei Bilder machst pro Location, ist die Woche damit gut gefüllt. Ja. Und es sind ja dann immer pro Location, ja doch, zwei Bilder, weil du hast ein Kamerabild, ein Drohnenbild dann meistens noch mit dabei. Ja. Also Drohne ist auch immer mit am Start. Ja, immer. Sehr gut. Dann hatten wir hier noch eine Frage und zwar, was bedeutet dir die Fotografie und wie fühlt es sich für dich an, ein gutes Bild zu machen? Da hatte ich im Sommer auch ein schönes Beispiel. Da war ich auf einer Berghütte und wollte zum Sonnenuntergang auf seinen kleinen Hügel bin ich gelaufen, ohne, komplett ohne Erwartungen, gerade so, dass ich meine Kamera mit dabei hatte und das war einfach der Mörder-Sonnenuntergang. Ich war komplett überfordert da oben und war nur so, oh Gott, was machst du zuerst, oh Gott, oh Gott. Und dann kamen aber so geile Bilder daraus und das ist es irgendwie auch, wofür ich es mache. Also dieser erfüllende Moment. Ja, es ist richtig erfüllend einfach in dem Moment. Cool. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Antrieb, den wir alle haben. Ja. Cool. Und dann hätte ich noch eine letzte Frage. Die hast du eigentlich schon beantwortet, so in einem Nebensatz. Der fragt nämlich, wie dein Editing zustande kommt, ob das Presets benutzt, die du dir quasi selber gebaut hast oder ja. Vielleicht auch mal andere Presets gekauft, die man dann selber so ein bisschen auf sich angepasst hat. Kann ja auch, kann ja auch zum Beispiel sein. Kann auch sein, ja. Nee, gekauft habe ich nie welche. Ich habe sehr viele YouTube-Tutorials geguckt, wie man eben editiert, wie man diesen cineastischen Look hinbekommt und habe daraus dann meine Presets entwickelt. Okay. Cool. Das ist wahrscheinlich so, das macht ja auch Sinn, irgendwie ein Preset zu haben. Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, man kennt es ja, diesen typischen Instagram-Look, da gehört eine gelbe Jacke mit dazu. Ja, provokate Frage wieder. Du alter Provokateur. Hattest du selber mal eine gelbe Jacke? Ja, natürlich hatte ich. Ich habe die immer noch im Schrank hängen, aber ich benutze die inzwischen nicht mehr. Okay. Ist das so, woher, was glaubst du, woher kommt, dass diese gelbe Jacke auf Instagram so berühmt wurde? Ich weiß auch nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich habe keine Ahnung, ob ich das zuerst gesehen habe. Aber es ist im Endeffekt ein cooles Stilmittel, weil es poppt halt so richtig raus, gerade in diesem kühlen Bildlook, den viele haben. Aber wie genau das so ein Renner geworden ist, ich habe keine Ahnung. Und stimmt irgendwelche Amis. Ist es tatsächlich so, ich habe mal, das war ein Gerücht, was ich mal gehört habe, ist es tatsächlich so, dass manche Instagramer nochmal extra Klamotten mit zum Spot nehmen, um sich dort nochmal umzuziehen, damit sie dann diesen typischen Look haben, auch von den Klamotten her, der zu Instagram gut passt. Ich glaube, das war mal so ein Hype, aber ich glaube, das appt inzwischen auch wieder ab. Aber es war mal schon so ein Hype, ja. Ah ja, krass. Und wenn du auch an manchen Spots bist und da sind zum Beispiel so asiatische Touristen, die haben Rollkoffer dabei mit Klamotten. Rollkoffer mit Klamotten, um sich umzuziehen. Und ganz auf so eine Laterne. Wo sie sich dann auf irgendwelche Steine draufstellen und so. Die gab es übrigens auch zuhauf in Südfrankreich auf den Lavendelfeldern. Echt? Das ist auch ganz krass. Ja. Da laufen die alle mit weißen Kleidern rum und so. Wir haben das in Kanada, sind wir auf so einem Bergsee aufgestiegen und das war echt, also es war schon, man kann schon sagen, strapaziös. Und dann kommt da so ein asiatisches Pärchen an mit einem Rollkoffer. Nein! Mit so einer Laterne, mit so einer so Geisha-mäßig angezogen. Und die hat dann da auf diesem Bergsee, in diesem Bergsee da irgendwie rumgepost bis spät nachts. Das war so, äh. Aber ich muss auch sagen, also man belächelt es ja so ein bisschen teilweise, aber ich finde es eigentlich voll krass, wie viel Aufwand dahinter steht. Das auf jeden Fall. Was mit was für einer Hingabe, ja, dann auch da hochgewandert wird mit ewig viel Gepäck und so weiter, um dann halt so eine coolen Bilder zu machen. Wenn jeder guckt, diese Bilder, die da entstehen, die guckt jeder gerne an. Das stimmt. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, es weckt halt Emotionen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist halt wirklich so. Okay, wir haben tatsächlich ja auch noch einen weiteren Community-Teil, nämlich eine kleine Bildbesprechung. Ihr konntet wieder Bilder uns zuschicken und die werden wir jetzt mal ein bisschen genauer bewerten und mal ein bisschen analysieren. So, ich habe insgesamt fünf Bilder mal rausgesucht, die wir jetzt mal bewerten können. Ich gebe dir das einfach mal in die Hand. Du kannst da dann einfach selber mal gucken. Hauptsächlich natürlich Landschaftsfotografie. Das ist sehr schön. Das ist ein Sonnenaufgang. Das ist mir die schönste Tageszeit einfach. Und das habe ich auch schön gemacht von der Aufteilung. Ich glaube, ich hätte fast noch ein bisschen mehr Vordergrund gemacht und weniger Himmel, aber es ist super schön. Ja, es ist halt, genau, der Horizont ist fast in der Mitte so. Genau, es ist in der Mitte. Ich hätte es mehr so ein Drittel, zwei Drittel gemacht, aber es ist ein richtig schönes Bild. Die Stimmung ist super, ne? Ja. Ja, vielleicht irgendwas im Vordergrund noch suchen auf dem Boden, was noch ein bisschen dominanter noch ins Bild mit reinkommt. Den Himmel dafür ein bisschen raus, weil die Farben sind schön im Himmel, aber es sind halt relativ wenig Wolken und dadurch ist es halt... Aber wenn du auch zu weit runter gehst von der Perspektive, verlierst du hier die Ebenen in der Mitte. Das stimmt. Ja, aber vielleicht könnte man ein bisschen näher rangehen und dann vielleicht nur einzelne Bäume mit in den Hintergrund nehmen. Ja, vielleicht irgendwas, was halt noch ein bisschen so die Blickführung unterstreicht, ne? Aber sonst ist es ja sehr schön. Auch von der Bearbeitung muss man sagen, das ist toll gemacht. Ja, genau. Die Bearbeitung ist nicht übertrieben. Nee, ist es natürlich. Die Stimmung an sich ist sehr schön. Also die Stimmung macht dieses Bild aus. Ich finde die Komposition nicht, aber die Stimmung. Von an der Komposition ist es... Kompositionstechnisch ist es so... Noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Kannst du einfach mal weiter scrollen. So, genau. Oh, das ist schon sehr farbig. Also meine Farbe ist es nicht, aber die Perspektive mag ich sehr gerne. Ich mag das so nah am Boden, weil das sehr dynamisch wirkt. Aber auch da würde ich ein bisschen weniger Himmel machen und die Farben ein bisschen... Es wäre eigentlich ein schönes Querformat. Ja, vielleicht. Das stimmt, die Hochformatperspektive ist da ein bisschen awkward. Ich würde tatsächlich, also ganz persönliche Meinung, ich würde ein Stück weiter an den ersten Streifen in der Mitte rangehen, dass der ein bisschen dominanter im Vordergrund noch ist. Das ist eigentlich so das Vordergrund-Element, aber dafür ist es ein bisschen weit weg. Und vielleicht generell noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, dass dieser Parkplatz hier auf der Seite weg ist. Ja. Und wenn du die Kamera vielleicht ein kleines bisschen höher nimmst, dann sieht man mehr von der Kurve. Weil die wird so ein bisschen verschluckt, dadurch, dass die Kamera so weit unten ist. Ja, das stimmt, ja. Es ist auch, ja, also mir persönlich wäre es halt dadurch auch einfach ein bisschen zu viel Himmel. Der ist zwar schön, aber irgendwie ist es ein bisschen zu matt, also zu viel. Eins weiter? Ja. Oh, die Schweiz. Alpstein, ja? Alpstein. Ja. Schön. Das ist aber auch ein sehr, sehr gutes Bild. Das ist ein Monsterfoto, ja. Und hier ist sogar noch eine Person, zwei sogar noch, siehst du? Oh ja. Ja. Oh Gott, ist das geil, das Bild. Ja, das ist irre schön. Oh, ho, ho, ho. Ah, das ist so schön da oben. Ja. Da war ich auch schon ganz oft, das ist richtig schön. Ich war noch nicht da. Ich muss da unbedingt hin. Darf man da oben übernachten eigentlich? Da ist ein Berggasthaus, da kannst du übernachten. Ach, echt? Ja, ja. Und zelten? Weiß ich nicht, da musst du nachfragen. Okay. Ja, aber... Weil da will ich ja nämlich auch schon ganz lange mal hin. Aber stell dir vor, du bist in diesem Berggasthaus, machst morgens die Fensterläden auf und hast das hier. Das als Panorama, ja. Also das ist ein Wahnsinnsbild. Ja. Ja. Das ist ein Respekt an den, der es gemacht hat. Ja. Also von der Stimmung her super, auch von der Aufteilung super. Ja. Auch von der Bearbeitung tipptopp. Mit den Personen auch noch innen drin. Ja, also das ist... Die Ebenen im Hintergrund. Das könnte tatsächlich auch so ein Buchkammer sein. Ja. Super. Total. Die Personen, man sieht sie, muss ich sagen, erst auf dem zweiten. Ja. Die sind vielleicht ein kleines bisschen zu klein. Aber es ist so ein kleines Extra-Highlight. Ja, genau. So ein kleines Extra-Highlight. Aber vielleicht hätte es mehr gebracht, wenn sie hier auf dem einen Hügel weiter vorne sitzen würden. Vielleicht wäre das, weißt du, aber ist jetzt nur eine Vermutung. Aber dann würde man sie ein bisschen schneller registrieren und... Ja. Das ist jetzt wirklich Meckern auf sehr hoch. Sehr, sehr, sehr hoch. Wahrscheinlich gehören die nicht mal zur Komposition. Ja, wahrscheinlich waren halt einfach da. Ja, die saßen wahrscheinlich da und er dachte sich so, oh cool, nehme ich mal mit rein. Ja. Oder sie. Ich weiß nicht genau. Wir blenden die Namen, die die Bilder gemacht haben, ein. Aber das ist... Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster nehmen und sagen, es ist bisher das stärkste Bild, was wir in dieser Bildkritik-Serie hier hatten. Würde ich mich fast so anschließen, ja. Auch so mit dem Glühen hinten. Darf ich es nochmal ganz sehen, bitte? Danke. Ach, der Weg, der sich hier lang steht. Diese Linie, die dann noch mit dem Bild drin ist. Richtig geil. Das Alpenglühen. Boah, so ein Foto will ich auch machen. Haha, geil. Ab in die Schweiz. Ab in die Schweiz. Ja. Das ist auch stark von der Perspektive. Ja, von der Perspektive her finde ich es auch gut. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen überbearbeitet. Es sieht zumindest aus dem Winkel jetzt hier gerade ein bisschen überbearbeitet aus. Und ich finde auch, das ist zu viel Himmel. Es ist viel Himmel, aber es passiert auch ein bisschen was im Himmel. Und das Objekt, um das es geht, ist halt wirklich genau in der Mitte jetzt dadurch. Ja, aber wenn du so mit der Symmetrie arbeitest, dann hätte ich zum Beispiel hier auf der linken Seite, ich weiß nicht genau, was das ist, hier an dem Geländer, das hätte ich rausretuschiert, glaube ich. Und ich wäre auch noch ein Stück weiter nach vorne gegangen, damit hier der Vordergrund, dieses Gebüsch, damit es draußen ist. Ja, und damit vor allem das, worum es ja geht, weil es in der Mitte platziert ist, dieses Türmchen einfach ein bisschen größer im Bild ist. Und wenn du weiter nach vorne gehst, musst du das Zeug nicht mehr rausretuschieren, sondern es ist halt einfach nicht mehr im Bild. Genau. Also das wäre wahrscheinlich, sind das grundsätzlich auch Motive, die du interessant findest? Also die du machen würdest? Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo bin und es wäre am Wegesrand, würde ich es mitnehmen. Aber dafür irgendwo speziell hinzufahren, würde ich jetzt vielleicht nicht. Würdest du nicht machen, okay. Was ich jetzt noch anmerken würde, du siehst ja hier, durch die führenden Linien, super, die werden nach vorne hin natürlich ein bisschen unschärfer. Die sind für mich aber nicht unscharf genug irgendwie. Also entweder, ich hätte, glaube ich, entweder fotografierst du wirklich offenblendiger, damit es wirklich unscharf ist, dann sieht es auch wirklich gewollt aus. Oder du machst halt ein Fokustack, machst alles komplett scharf. Aber das ist so ein Zwischending, das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, weil es so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber weil es so ein bisschen aussieht wie gewollt, aber nicht gekonnt. Weil es halt sowas dazwischen ist. Das ist sowas dazwischen irgendwie. Also da würde ich, du fotografierst ja auch offenblendig, willst du den Vorlagegrund unscharf haben, aber wahrscheinlich wurde hier mit Blende 8 oder Blende 10 sogar fotografiert. Und einfach, weil dieses Geländer so nah am Objektiv dran ist, ist es dann halt ein bisschen unscharf geworden. Und es hat auch so, ja doch nicht, ich dachte, es sah jetzt von der Seite so aus, als wären da so ein bisschen Halo-Effekte auch noch, aber da ist nichts. Okay. Gut. Oh, eine schöne Stimmung. Die Stimmung. Das ist Kaspar David Friedrich, ey. Oh, das ist auch so die Don. Wenn du mit dir gemalt hast, will ich fotografieren. Ja. Das ist ein guter Stichpunkt. Aber da fehlt mir was im Bild. Da ist zu viel Fläche hier oben. Da fehlt mir der Hintergrund. Wobei so eine Bilder auch cool sein können, wenn du so viel Whitespace hast. Naja, aber dafür ist es mir zu unruhig. Whitespace? Naja, das ist doch Denglish. Achso. Aber für so ein minimalistisches Bild ist es mir zu unruhig. Ach, das ist gar kein Mensch. Da habe ich es mal sehen. Ich dachte aber auch jetzt erst mal. Jetzt kommt es erst an bei mir. Das ist gar niemand, der da steht. Es sieht aus wie so ein The Walking Dead Bild. Ja. Das ist so ein Zombies, der da drauf zuläuft. Das könnte wirklich so eine Szene aus The Walking Dead sein. Habe ich gestern die letzte Staffel zu Ende geguckt. Ich auch, ja. Also nicht gestern, sondern Walking Dead sein. Aber es geht hoffentlich noch weiter. Es geht noch weiter. Aber Staffel 11 soll die letzte Staffel sein. Ah, okay. Aber ein schöner Kniffhänger ist am Ende. Aber man fährt eigentlich zu viel. Wer die Serie noch nicht geguckt hat, nicht spoilern. Ja. Ja. Ich finde das Bild, es soll, glaube ich, sehr viel Ruhe ausstrahlen. Es ist aber dadurch ein bisschen unruhig, dass du hier im Vordergrund irgendwie so ein paar Sachen hast. Das hier ist, ist das Sand oder ist das Schnee? Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Man kann, das ist, glaube ich, Schnee, ne? Das ist ein freigewehtes Grasgebüschelzeug. Ja. Also das hätte ich hier so ein bisschen vielleicht rausretuschiert, dass das Bild die eigentliche Wirkung, die es, glaube ich, erzielen soll, dass es was sehr Beruhigendes hat, auch dann wirklich zutrifft. Kannst du ja nochmal haben. Also es sind ein paar störende Elemente einfach mit drin, die ich noch rausretuschiert hätte. Es soll ja was Minimalistisches sein eigentlich, ne, dieses Bild. Darauf ist es ja wahrscheinlich ausgelegt. Also was mir trotz allem, was auch immer man da formal alles kritisieren könnte, ich finde, das ist so was völlig anderes, was meine Sehgewohnheiten sind, dass ich es dadurch irgendwie wahnsinnig schön finde. Auf jeden Fall. Ja, aber also du meinst, ich meine von der Stimmung, die Farbwahl, es ist ein sehr ungewöhnlicher Ausschnitt. Also mir gefällt es schon sehr gut. Klar, man könnte jetzt da tatsächlich formal einige Sachen anders machen und so, aber. Es ist ja, muss man ja auch immer wieder betonen, es ist alles persönliche Meinung, die wir jetzt hier reinbringen. Das ist ja das Schöne an Fotografie. Man, ja, darüber haben wir auch schon diskutiert, ob man Fehler machen kann in der Fotografie oder nicht. Man kann technische Fehler machen, meiner Meinung nach, kreative Fehler kann man nicht machen, meiner Meinung nach. Es gibt keine kreativen Fehler. Nee, gibt's nicht. Man ist kreativ, wenn man was Neues ausprobiert. Man ist kreativ, wenn man die Fotografie-Regeln bricht. Dann wird man doch gerade erst kreativ. Von daher ist es immer alles persönliche Meinung und persönlicher Geschmack vor allem. Und nur weil wir jetzt sagen, dass da ein paar Sachen sind, die wir anders machen würden, heißt es nicht, dass man sie anders machen muss. Ist noch ein Bild da? Kannst du noch mal ein? Nee, das war's. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zusendung wieder. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, diese Bilder zu bewerten. Wir hoffen, ihr zieht ein bisschen was aus unserer Kritik. Könnt damit hoffentlich irgendwas anfangen. Und ansonsten möchten wir uns natürlich auch generell bei euch bedanken, mal wieder fürs Zuschauen. Jetzt kann ich nicht mal meine letzte Frage stellen, weil wir über Ziele schon gesprochen haben. Siehst du? Jetzt müssen wir einfach direkt aus diesem Podcast aussteigen. Einfach direkt aus. Ohne irgendwas noch zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Ja. Ähm, nö. Ja. Nein. Okay. Aber grundsätzlich vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die hier genommen hast. Ja, war ein schöner Tag. Dass du mit dem Podcast mit dabei warst. Finden wir auch, ja. Ja. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir natürlich auch weiterhin in Kontakt bleiben und irgendwie mal zusammen auf Tour gehen oder so. Porsche fotografieren. Porsche fotografieren, ja. Ich habe schon gesagt, beim nächsten Auftrag hänge ich mich mal hinten dran. Da nehme ich dann mal Assistenz. Ich will auch gar keine Bezahlung dafür haben. Ich mache das so. Okay. Einfach nur mal gucken. Ja, genau. Mich interessiert das einfach. Ich möchte meinen eigenen Horizont erweitern. Ich möchte es eben wie andere Leute arbeiten. Und ich bin da immer super neugierig bei sowas. Und wenn man da so eine Tour macht mit vier Tagen, dann kommt ja trotzdem was bei rum. Dann wird man ja auch trotzdem selber fotografieren. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann vielleicht im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, nochmal. Ja, das ist gut. Ich muss sagen, es ist schon echt kalt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, naja, wahrscheinlich könnt ihr euch schon vorstellen, wie kalt es wird, wenn man hier einfach mal anderthalb Stunden still da sitzt. Bei mir nicht an. Drei Socken an. Ein Thermosockenpaar und ein Neoprensockenpaar sogar nochmal da drüber. Und dann Winterschuhe. Meine Füße sind komplett abgefroren. Ich habe zwei Lagen Handschuhe an. Thermo. Kannst du das nochmal kurz in die Kamera? Wir machen jetzt mal ein bisschen unbezahlte Werbung hier. Leute. Das sind so Heatpacks. Zwei Euro hast du gesagt, kosten die? Die für die Füße. Kosten zwei Euro. Die, glaube ich, sind günstiger. Umso besser. Das sind einfach Handwärmer, ne? Handwärmer, ja. Die kann man nur einmal benutzen. Sie halten aber acht Stunden. Das heißt, du zahlst am Tag irgendwie vier Euro. Oder sind es zwei Euro für beide zusammen? Ja. Noch besser. Also ihr zahlt am Tag zwei Euro. Drei Euro. Mit Händen. Und habt warme Hände und warme Füße. Der super Tipp, den mir die Manu gegeben hat, ist, ich habe mir so ein Fußpad in den Nacken geklebt. Und mir ist am Oberkörper wirklich sau warm. Immer in den Nacken. Immer in den Nacken. So Leute. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, uns unterstützen wollt, gerne auf Patreon vorbeischauen. Und die Leute, die es tun, die können jetzt im Anschluss gleich noch das Bildbearbeitungs-Tutorial sehen. Wir freuen uns drauf. Das nehmen wir jetzt nämlich gleich noch auf. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Apple Podcasts und Spotify noch folgen. Und wenn ihr könnt, auch bewerten. Ich weiß es immer noch nicht, wo es geht und wo nicht. Apple geht, Spotify nicht. Wie auch immer. Ja, wir freuen uns auch da immer über Zuschauer. Und jetzt, Felix, du darfst dein letztes Schlusswort wieder sagen. Es ist unfassbar. Ja, er freut sich dann jedes Mal. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Wie viele Glockenaktivisten hast du? Eine Ahnung. Glockenaktivisten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das einsehen kann. Ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt in den Statistiken noch nie gesehen, ob man irgendwo sehen kann. Aber wahrscheinlich kann man es irgendwo sehen. Macht es auf jeden Fall trotzdem, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr. Dann kann ich noch ein bisschen YouTube-Unterricht bekommen. So. Dann will ich endlich mal meinen eigenen Kanal anbieten. Also Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ah. Jetzt. Ah. Ich habe irgendwie Schnee. Ah. Ja, ich muss ein bisschen fummeln. Kannst du doch gut. Ah. 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 Bis zum nächsten Mal.